Komm, bitte meine Strecke, bitte! Bitte meine! Man... Puh! Ach, ich fick dich, Crack. Fox. Fox. Fix. Track. Ihr wart schon mal kreativer. Ist halt schon spät, was sollen wir machen? Ja, was? Spät! 16.19 Uhr. Eigentlich sogar nur 15.19 Uhr. Das wurde ja gerade erst gestern die Zeit umgestellt. Ja. Ja. Aber trotz... Gestern, heute Nacht. Ja, stimmt eigentlich. Irgendwann, du fäcker. Alter, eigentlich ist doch Rico. Also immer... Bullshit, man! Fuck. Wow, weier! Ruhig. Aber hey! Oh Gott! Nein! Zu schnell! Nein! Wer hat mich runtergesprungen? Gott, sieg, wieso nimmst du mir den Pils? Wieso nimmst du mir den Pils? Sondern... Wieso lässt du mich den Pils klauen? Na! Aber wie ich schon gesagt habe, es ist halt schon spät. Wir müssen dann alle schlafen gehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja und natürlich kann... Oh Gott! Mann, ich will auch nen Bullet Bill und keinen Stern! Fuck you too! Gitt doch! Man muss nochmal jammern! Nein! Watt... Man muss nochmal jammern! Und da hat der liebe Axel wieder seinen GmbH! Das kann nicht wahr sein ey! Doch! Anscheinend. Ja schon. Oh mein Gott! Ein Gollpilz! Oh ja! Hab ich auch gerade! Mit nem Goldpilz! Clic und mir... Ich bin nicht mit erfahren. Näh, Fakesback. So knapp, ey. Mann. Tja, der Boss auf Platz 1, Rico. Alter, Leon, warst du die ganze Zeit an uns dran? Und da hattest du... Oder haben wir den überrundet, den Leon? Nö. Ich hab aber nur dreimal drei Bananen hintereinander bekommen. Aber guck mal, erster ist Yoshi und zweiter auch. Und dritter auch. Ja, und vierter auch und fünfter auch. Nur sechster nicht mehr, schade. Blu und Marco haben die Siegesserie zerstört. Ja, tut mir leid. Ich hoffe nicht, dass ihr das leidtut. Nein, eigentlich nicht. Sorry, not sorry. Sorry for being not sorry. So, was nehmen wir denn jetzt? Oh, ich hab ne Idee. Ich wollte ja die hier nehmen. Eigentlich aus Prinzip Babypark. Na, nicht schon wieder. Die sind wir schon zweimal gefahren. Aber noch nicht auf 200. Und nicht mit Yoshi auch. Marco, bitte. Ich kann die nicht mehr sehen. Jetzt kommt's Marco raus. Obwohl, die Yoshi-Piste, na klar. Die hätten wir ja auch noch fahren müssen. Stimmt. Vielleicht haben wir ja Glück und sie kommt dran. Ja, die Strecke gesucht. Ich wusste. Ich muss die Strecke suchen. Aber vielleicht kommt ja die von Marco dran. Das wäre jetzt geil. Ja, 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 ja. Nein. Ja. Yes. Marco, du bist's. Ja, ich weiß. Ich bin der Geilste. Ja, okay. Können wir so stehen lassen. Können wir ausnahmsweise mal so stehen lassen. Aber behalte das nicht zu lange. Ich bin der einzige aus NRW. Mal schauen, wie lange das bei mir da unten stehen bleibt. Neon, siehst du mal. Es will keiner zu dir ziehen. Witz, Alter. Wir hassen dich. Ja. NRW hat auch viel Zeit für das Internet. Oh, jetzt hängt es bei mir schon wieder. Es liegt aber allgemein in Deutschland. Warum? Was machst du denn, Leon? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Was meinst du, Foxy? Das ist aber allgemein in Deutschland so. Ja, aber Unity Media hat, oder ohne jetzt Werbung machen zu wollen, Namen wurden schon genannt. Und ein Internetanbieter hat bis Februar 2017 noch 70 Euro für eine 400 Megabit-Leitung genommen, während ein anderer einfach mal nur 45 nimmt, der nicht in NRW vertreibt. 400 ist eh schon ziemlich stark. 400 ist verdammt stark. Ja, das ist das Schnellste, was du im Moment in Deutschland bekommen kannst. Wir waren einfach gerade mal komplett weg von hier. So. Bullshit. Und ich hab den Stern geklaut. Sollte ich fragen überhaupt, warum? Nö. Marco, ich hab 100 für 40. Bei welchem Anbieter? Kabel Deutschland. Dieter. Ja gut, mit Fritzbox. Wahrscheinlich dann. Dann gehen wir weg mit Fritzbox, bitte. Stimmt, aber damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Könnt ihr jetzt die Schleichwerbung mal sein lassen? Das ist jetzt geschlossen. Dann muss ich ja auch noch Produktplatzierung machen in meinen Videos. Nö. Die kommt sowieso kein Schwarz. Außer uns vielleicht. Vielleicht. Dieses vielleicht. Das muss die jetzt sein, oder? Vielleicht, Dimon. Ja, ja. Gott, wie bin ich so schlecht. Weil du schlägst. Du kannst du meine Karte spielen lassen, wenn wer bessert. Hallo Maxi. Jawoll! Endlich mal gewonnen, ey. Das war ja überfällig, ey. Fuck off. Ich hab sogar Leon kurz da nicht überrundet, ey. Das war ja überfällig, so wie die Miete. Äh, was? Woher weißt du das, Marco? Hallo. Ich kenn deinen Steuerberater. Ich kenn deinen Steuerberater. Das glaub ich, ähm, Marco, das glaub ich kaum. Sicher? Was war das denn jetzt, ey? Marco, das glaub ich kaum, denn ich bin mein eigener Steuerberater. Ungerechtigkeit. Ja, sag ich doch. Boah, ich war ein bisschen Marco. Komm, sag's rein, Marco. Halt. Gerechtigkeits-Flash. Ey, nur drei Punkte, Alter, Erik. Nur drei Punkte, ey. Mach mal mit Team, mach mal mit Team. Okay. Aber diesmal ohne kommen, weil das ist mir... Ja. Das ist scheiße mit kommen. Ja. Achso, wollt ihr wieder wechseln? Nee. Wolltest du weiterfahren? Ich bleib. Ich bleib, mein Yoshi. Okay. Ansonsten hätte ich gesagt, machen vielleicht nochmal alle ein Shy Guy irgendwann. Nee, Alter, da müssen wir schon einen anderen Charakter nehmen. So ne... Welchen denn? So ne... So ne... So ein Grand Prix... Ja, aber ich glaub, Mann. Warum ohne Team für Enrico, Mann? So ein Grand Prix voll mit Rosalinas. Das wär doch mal was. Oh mein Gott. Oh, okay. Dann wird der Leon ganz geil. Dann krieg ich einen richtig Harten in der Hose. Ja, aber vor allem nur ich. Ich... Ja. Wir anderen zeigen's halt nicht so deutlich wie du. Und... Proxy hat gerade ganz Zeit... Oh, oh, gemacht, ja. Und ich gar nix. Nur Lava ist so ein Scheiße. Ich muss irgendwas einleben. Ich kann deine Gedanken lesen. Das wird passieren. Jawoll! Marius Metro. Aber leider nicht auf 200. Auf 200 wird die noch geiler. Ja... Okay, mal gucken, wie jetzt die Teams sind. Wir haben keine Teams. So, hab ich ohne Teams? Ach, tut mir leid, okay. Wollen wir so dummen Enrico. Na, machen wir wieder bei Spiegel. Machen wir wieder bei Spiegel, dann halten wir das konsequent bei. Okay. Nein. Da. Ich bin bei 200 Teams. Bei 200 Teams. Oh, bitte nicht. Ne, dann nicht. Seid ihr mit mir gefickt? Ich mach nächste Mal bei Spiegel noch wieder mit Teams. Ja, das ist es wirklich. Oh mein Gott, ist das schnell! Ja, okay, für Maxi halt nächste Runde auf 50. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, doch eine Runde auf 50 muss. Ne, jetzt fang du dich auch noch damit an! Nee, nicht. 50 ist so geschissen. Nein! Doch, Mann, das wird nicht krass. Meinst du, du willst dich gar so nix? Das wird nicht witzig. Nee, kein Witzig. Wer? Wer? Nein, mach mal Leute! Das wird kein Stück witzig. Boom! Nein! Nee! Jawohl! Maxi, gleich nochmal gefickt, ey! Wer zum Fick klingelt gerade war? Alter! Das ist unwichtig, lass klingeln. bei der Kugel will die Götter von der Banane auf! Ist das dein Ernst? Ey, das kann doch nicht wahr sein! Und das ist recht? Wo kam die Hubarn her? Bleib die dahin gestellt! Das sind nun mal Gleise! Ja und? Das heißt ja nicht, dass du dann Hubarn fahren musst. Doch, eigentlich heißt genau das. Nein, du kannst auch ein Auto fahren! Halt dein Maul! Aua! Wer hat die Bombe geworfen? Was ist denn die Maschinen? Werden die von Straßenbahn wieder fahren? Warum muss da eine Bombe geworfen werden, ihr Terroristen-Schweine? Ach, jetzt gibt's nur ne Runde, okay. Jaja, jetzt ist nur ne Runde. Noch ist es zu früh, um sich komplett aufzuregen. Na, wir sind vom zweiten auf den letzten geschlagenen, in einer halben Sekunde und nem Anfall. Bei einer halben Sekunde vor oder nach dem Anfall? Ja! Gute Frage, gute Frage. Man weiß es nicht mehr. zumachen Ahaaaaach komm! Komm, hör auf! Alter, das war so knapp, ey. Alter. Endeko, ich sorg dir für, dass du heute keinen Spaß mehr hast. Ich hab jetzt schon Spaß gehabt. Schon vergeigt. Alter, zwei Rote, ey. Oh Mann. Oh, das war so mies. Ja, drei. Nee, zwei. Ich hab aber drei abbekommen am Stück. Die dritte war aber nicht von mir. Ich hab dir nur zwei gegeben. Da musst du jemand anders für verantwortlich machen, nicht mich. Nein, du bist komplett verantwortlich für alles, was mir passiert. Okay, kann ich mitnehmen. Ich stolz mir nicht mehr in Rikos Schuld. Ich stolz mir nicht mehr in Rikos Schuld. Ich schau den Test in Rikos Schuld. Wieso bin ich Jude, Marco? Weil doch früher die Juden an einem Schuld waren. Jetzt wird der Marco also auch noch politisch. Interessant, interessant. Natürlich. Das Video nimmt langsam eine Richtung an, die mir gefällt. Ja, ganz schön recht. Nein. Ganz schön. Bei der Abschock. Man könnte sagen, es geht in die rechte Richtung. Leute, wir brauchen Lennart dafür. Ohne den geht's. Ohne unsere Hände. Sind wir jetzt also auf dem Niveau angelangt? Das passt mir ganz gut. Wir waren angelangt, da waren wir schon am Anfang. Nein. Ich glaube nicht. Doch, ich hab die Witzel schon von Anfang an gebracht. Oh, egal. Au. Verdammt doch mal. Wir sollten vielleicht die Drohung lassen. Bistig, Erik. Quatsch. Wow. Das war sauknapp mit den Bandern. Sollten wir den Dealer unseres Vertrauens in die Beschreibung kommen? Ja. Ja, finde ich auch. Definitiv. Sollten wir machen. Ich meine, er wird für kurze Zeit ein hammermäßiges Geschäft machen, aber danach wahrscheinlich gar nicht mehr, weil er eingebuchtet wird. Ach, sein Problem. Da müssen wir uns nicht umärgern. Wer sagt, dass es ein Kerl ist? Bin ich jetzt einfach mal vermutet. Nein, es ist garantiert. Also in meinem Fall wäre es ein R. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Marco. Marco. Polo. Alter, Foxy ist ja auf 1. Was zum Teufel. Oh, tsch, tsch. Schon hast du es verschrieben. Schon hast du es verschrieben. Woo. Ich bin ein Mistkerl. Ich bin eigentlich die Wunderung erst, aber nein, ich bin die Wunderung. Woher habe ich jetzt den Stern? Von mir. Du hast den aus meiner Wunderacht geklaut. Tja. Foxy, du hast doch gesagt, ich bin für alles, was die Wunderfährt verantwortlich. Und das setze ich auch weiter so durch. Verpiss dich, Leon. Willkommen in meinem Leben. Ja. Willkommen in meinem Leben. Oh, das geht mir im Arsch vorbei. Was? Oh, man. Sie sind ja lange alt. Oh, man. Bitches. Das ist doch nicht wahr. Hahahaha Knapp am Vorweieinsatz Hahahaha Nein! Doch! Doch! Erklären! Warum krieg ich die Rote? Hahahaha Genau! Und jetzt am Ende überholt ihr mich nur vorne! Bleib durch! Fick! Alter! Fick! 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 Ey, ey... Ey, ey, quack... Fick! Wir haben mich vom Stern überfahren, oder? Ehh... Fick! Kurz zum Ziel. Ick guck ich falle gleich vom Stuhl, ey! Hahahaha Aua! Ich krieg auch noch Luft. Ja, verrückt, ich guck! Verrückt das! Hahahaha Oh Gott! Ehehe... Alter! Huuuuhm... Aaaaaah... Okay. Erstmal wieder beruhigen. Ich muss wieder fahrtüchtig werden. Nein, musst du nicht. Doch, muss ich. Nein. Oh, Partystraße. Scheiße. Dann siehst du, kannst du noch mehr lachen. Nee, eigentlich nicht. Ich hasse diese Strecke. Ich will den Weinen. Geh in die Ecke und heul. Okay, zufrieden. Klang eher, als würdest du die Zunge rausstrecken. Ich bin noch lange nicht zufrieden. Du hast wie so ein kleines Kindergartenkind. Foxy, Foxy, du wirst auch nie zufrieden. Ich will nicht deine Tränen schmecken. Soll ich dir so ein Reagenzglas voll schicken? Kann ich machen. Oh ja, geil. Kannst du trinken. Nein, das behält sich. Die hebt Foxy sich für einen ganz, ganz besonderes Moment auf. Darauf trinke ich jetzt ein. Rico, er behält das Reagenzglas, um von den Klonen herzustellen, die er dann vergewaltigen kann. Aus meinen Tränen. Damit er noch mehr in Rico's Tränen. Da muss er ja noch mehr von mir ertragen. Wie soll er das denn machen? Keine Ahnung. Der Juni kann die einfach in den Folcherkeller sperren. Ja, eben. Ja, aber trotzdem, dem regt doch schon die Existenz von mir alleine auf. Und dann noch fünf weiter oder noch mehr? Oh, Mensch. Ach so. Ja, fliegt passend. Glaub ich nicht. Hallo. Hallo. Ich mach sie wieder mal mit dem Schwarzen unterwegs. Du Rassist. Ich bin mit dem Schwarzen und ich auch. Wieso kriegt der eigentlich jeder... Das war faszinierend. Trapp auch ein Grün, wenn man nicht schafft. Warum trefft mich eigentlich mal! Alles! Alles trifft mich! Alles! Weil du nicht ausweichen kannst. Außer schlechtem Karma. Warum hab ich jetzt eigentlich gerade mein Grün verloren? Weil du schallt. Weil du nicht eingeschossen hast. Ach so. Okay. Bock, dir bitte aufhändig ne Grün zu boosten. Nö. Max, du bist doch so oder so, ein Boot-Boost-in-Bonobo. Bitte einen blauen für den scheiß Rico. Och nö. Lieber für Erik irgendwas. Au. Was war das? Was hast du gemacht? Der fährt voll gegen die Wand. Au. Du kannst immer aufhören. Ich war das komplette Match über Zweiter. Ja, jetzt nicht mehr. NEIN! Ich hatte gerade den Plan! Erik war gestärkt! Ich hatte gerade die Blue Shell. Hätte dir nicht noch einen Moment warten können. Nope. Ja, dann hättest du Erik abkriegt. Ja, hättet ihr mal warten können, dann hätt Erik die jetzt abgekriegt! So eine Scheiße! Okay! Ja, endlich! Mann! Guck mich an wie man hinten ich bin! Was ist das? Aber ist dieses Spiel so unfair! Weil du es unfair ist? Ich war Zweiter! Kann ich jetzt nicht unfair ist? Ich bin ne halbe Runde hinten. Wisst ihr was unfair ist? Ich bin nicht ein Rennen letzter geworden und trotzdem letzter in der Gesamtwertung. Oh Gott! So die Strecken gefallen mir bisher alle sehr gut, bis auf die von Marco. Polo. Puh! Und die von Erik auch nicht so wirklich. So. Jetzt kommt Erik Strecke, wa? Ja! Ich brauch gar nicht hingucken! Ich seh schon was kommt! Richtig! Ich komme! Äh... Was, Marco, du kommst? Ja! Oh! Jedes Mal wenn ihr leidet! Ja! Ich auch! Oh! Dann musst du den besten Tag deines Lebens haben! Ja! Ja! Hat er ja auch! Genauso wie ich gerade! Ja! 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 Doch dann muss ich es mir nochmal gut überlegen! Komm schon! Der bummerang war jetzt echt unlösend! Ach komm schon! F unsuccessful! Ich bin ein Fux! Ach, da kommt der Blaue! Ich muss dich! Scheiße! Ich muss nur weit genug weg bleiben. Ja, ich dachte, du fährst mit rein. Aber dann hab ich nicht gedacht, dann halt nicht damit gerechnet, dass der noch so weit weg ist, der Blaue. Wow, Alter! Seid ihr irre, oder was? Bombard, direkt hinter mir explodiert, ey! Schade eigentlich! No, this is Patrick! Rubin, Alter! Soll ich mir den Sieg kaufen, oder was? Ja, klar! Was denn sonst? Wow, die Bombe war fucking nervös! Ein Blauer und ich bin durchgereicht. Übrigens, Foxy ist auf dem ersten, nur by the way. Ich hätt' mir so gelacht, wenn ich ne Blüschel gezogen hätte. Nee, ich hätt' gelacht, wenn jetzt ein Blitz gekommen wär! Wie das ist bei den Stern? Darum! Ich hätt' jetzt echt gelacht, wenn jetzt ein Blitz gekommen wär und in die Schlucht runter gesegelt wär. Foxy ist immer noch erster. Nein, das sind Lügen, Lügenfresser. Nee, nee. Fake News! Das stimmt schon. Ach komm, kann der Rose sich endlich verpissen, man! Ich hätt' drei Stück, tut mir leid! Sieh! Oh! Nein! Komm! Ich bin der Wiener, doch den Rico fickt! Hätt' dich noch mal vorne, Mann! Was ist das denn? Ey, von wem sind die drei Bannanen direkt vorletzten? Ich bin direkt reingedrückt! Ich bin von Foxy! Dankeschön! Foxy, sehr gut! Schön Erik geraggt, leider hat's ihn trotzdem nicht davon abgehalten, erster zu werden. Ja, easy! Sie sind letzter, Bitches! Na wenigstens nicht letzter, du Pfeifer! Tuh! Kannst mich sagen! Ja, ich hab' auch mal nen Bukat, yeah! Ach Marco, du bist letzter! Oh, tschuldigung! So, was ist mit Luna los? Die hatten wir uns vorhin alle abgezogen und jetzt verkackt sie so übelst! Ich auch! Wahrscheinlich, weil ich's angesprochen habe. Ja, ja! Ich geb' mir noch nicht mehr so viel Mühe! Es macht halt mehr Spaß, die anderen zu trollen, wa? Teams! Ja! Ich hab' wieder die größten Scrubs! Ich spiel' mit Foxy! Mit Dr. Dorian! Ich spiel' auch mit Foxy! Ich spiel' gegen Enrico, das ist mir egal! Du schießt doch sowieso deine Teammates, aber es ist doch egal, ob du in einem Team bist oder nicht! Ich spiel' Maxi nicht im Team, oder? Stimmt, ich bin mit Enrico, dann fuck den mehr! Also, mein Lieblingsteam wär' jetzt irgendwie Foxy, Leon und Luna! Yay! Das wär' irgendwie geil! Und wer noch? Ich spiel' mit Marco und Steam! Ohlo! Nur damit's immer zusammenbleibt! Foxy, wir sind doch immer im Team! Och, nee! Ohlo! 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 Ey, aber ganz ehrlich, das ist verdammt unfair eigentlich! Ja, eigentlich schon! Das ist sau unfair! Tja! Ja, für euch! Du magst die nicht im Team, oder? Ich auch nicht! Ich auch nicht! Dass uns immer das Team anschießt! Ja genau, du ist nie! Fuck! Ach, schon wieder mit Leon im Team! Alter, wow! Was du Teufel! Was war das grade? Ey, was schon! Was für ein Massaker, ey! Au! Ja, aber alle hatten, glaub ich, grad vorne so gesprungen! Ne, ich nicht! Es war auf jeden Fall irgendwie so... Oh, ich lass' das mal, Foxy! Wär ich dir ganz dankbar für! Jaja, hab' ich! Hab' ich auch dann entsprechend nicht mehr nach vorne geschossen! Hooray! Yay! Mates! Ein Team! Sowas existiert hier! Manchmal! Oh, ein blauer Filzbillst! Blitz! Ja! Danke! Geh' mal gut! Oh, ja! Oh, ja! Machen wir auch noch platt, Maxi! Scheiße! Und Kain nimmt den Shortcut! Leon, 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 Leon! Ich hab' nicht mehr... Erik, ich hab' nicht mehr gewusst, wo man den bei Spiegel nimmt! Ich hab' nur Filze! Ich bin zu früh abgeschrungen! Komm her, Leon! Ja, du musst... Du musst den Oberenweg einfach fahren, oder? Ich weiß, ich bin aber zu früh abgesprungen. Ich dachte, da wäre schon die Ausfahrt, aber war es nicht. Führ zu. Danach, ey. Komm her, Leon. Du bist es. Du kommst eh nicht an mich ran. Er ist eigentlich Erster. Axel ist Erster? WTF? Du willst mich verarschen? Wir sind hier alles Yoshis und der einzige Yoshi gewinnt nicht. Er gewinnt. Der einzige nicht Yoshi gewinnt. Ich wollte gerade sagen, der einzige Yoshi gewinnt, wenn wir alles Yoshi gewinnen. Ja, Entschuldigung, ich habe es gemerkt. Och Leute, es gibt ein Witznis. Was soll das? Kugel Willi. Nein, da kommt. War das grüne, Foxy? Nein, das war die Kugel Willis. Schade. Hat es definitiv gut gemacht. Schade, ich dachte, es waren die grünen. Yo, 19, 20, deutsch. Wir führen. Easiest game of my life. Wenn wir die Hand kippen, Alter. Dabei hat er kaum was gerissen, ey. Nein, das war die falsche. Wieso, was hast du gemacht? Ist doch okay. Die falsche Strecke, genau. Ist doch okay, die Strecke. Nein. Hm. Ich frag mich gerade, was mit der Tau auch noch bei wäre. Der wird doch sowieso nicht reden. Zumindest nicht viel. Wer? Axel. Ich meine, wenn er gesund wäre. Ach so, du redest von Etienne, ich dachte, du redest von Axel. Nein. Ja, schade, Etienne ist wirklich schade. Grüße an dich nochmal, Etienne. Fehlst wirklich. Und gute Besserung. Damit wir da sagen, niemand braucht dich, keiner mag dich und kripp hier, du Ars. Marco, ich sehe, wir verstehen uns mal wieder, großartig. Ich werde dich demnächst als Dolmetscher engagieren. Ich bin gerade sowieso dabei, ein Wörterbuch rauszubringen. Kunde Deutsch, Deutsch Kunde. Das ist gut. Das könnte ich gebrauchen. Das würde ich sofort auch. Kannst du das bitte auch im Bereich Steuern machen? Nein. Schade. Da hätte ich es echt gebraucht. Das ist ja witz, niemand kann Steuern machen. Ja. Nein, aber es wäre manchmal schön zu wissen, was die meinen, wenn sie eine Frage haben. Weißt du, es fängt schon beim Klassiker an. Ja, aus welchem Bundesland rufen sie denn an? NRW, Baden-Württemberg oder Hessen? Deutschland. Ja, gut. Ja, Deutschland. Ja, Deutschland ist ein schönes Monat. Ja, total. Oder auch schon dann irgendwie, äh, keine Ahnung, St. Nimmerlein. Leinsdorf irgendwo nirgendwo. Sag mir mal Leinsdorf. Das ist gut. Dort kommt. Ach, leck mich doch. Oh, Leon, mach mal was, bitte. Ja, Maxima Dorf. Ja. Da war ich. Au. Du fette Sau. Ach, Foxy ist der weiße Yoshi, ne? Ja. Ja. Foxy ist der Sperma, okay, dann, äh, wandelnde Spermazelle. Befruchte unseren Sieg. Kriegt aber bisher noch nicht wirklich Früchte, mein Lieber. Ich war gerade eben noch auf den Erster, aber dann muss ich irgend mit Zwischenpunkten. Ach, komm. Ja, wer, also wer war das denn nochmal? Warum krieg ich eigentlich den Pils auf? Fuckin Leon. Holy fuck. Also gerade eben waren wir noch Top 3 und jetzt ist Foxy vorletzter, oder wie? Ja, letzter. Ja, letzter. Mann, Leon! Was ist der Sperm für? Mein fucking Kingel in die Haken in die Luft. Oh, wir kommen, Maxi. Nein! Das ist Karma. Fucking Anti-Mates, Mann. Willst du nicht, was ist denn das Team zu schwingen? Oh ja, ich hab Marco gefickt mit der Bombe. Oh, man! Lauer kommt. Ja! Blitz! Sauber! Wow. Sehr gut. Hallo, Maxi. Ich bin nicht. Nein! Nein, ich hab echt nicht. Mann! Luna, du Schlampe! Das war mein Item! Nice. Verdammt noch eins. Hab ich denn gemacht, ey? Du hast mich weggerammt und dann mein Item geklaut. Scheiße. Ach, komm. Wer ist denn eigentlich letzter? Ach, Foxy. Was fragst du? Leute, schreck mich! Das war jetzt wirklich unbewusst. Ich hab's wirklich nicht gewusst. Ich möchte gerne mal wieder fahren. Wieso muss ich da jetzt gerade in einen Clip von einem großen Streamer denken? I just wanna play League of Legends. Wo er dann die ganze Zeit auf seiner Lane einfach gecampt wurde. Ich will doch nur spielen. Ja. Ich will doch spielen. Spiel dein Spiel. Ja, ja. Jetzt ist das ein Copyright. Genau, was du hier lebst. Ich krieg gerade Probleme mit meiner Hand. Nicht so viel Wixen. Ja, ich versuch's, Marco. Ich kann's halt nicht im Zaun halten. Tja, einfach. Während der Session waren schon drei. Ich nehme ja schon Therapie, aber es bringt halt nichts. Ich hör's gerade ausgesprungen. Du nimmst Therapie? Ich würde eher zu Tiramisu neigen, aber gut. Nee. Nee, danke. Nicht meine Geschmacksrichtung. Nicht? Nee. Ich find das schmeckt vergeil. Ja. Ja. Oh mein Gott, Spiegel. Ja, Spiegel, Idiot. Das ist das Schöne, weil man sich an die Strecken... Das ist das Schöne, weil man sich an die Strecken nicht mehr erinnern kann. Es ist scheißegal, ob's gespiegelt ist oder nicht. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Aktion. Warum fährst du nicht rein? Den hab ich jetzt mit ner Banane gerammt. Das dürfte ich gewesen sein. Ovanja Yoshi? Ja. Dann warst du's, ja. Ovanja Yoshi. Ja, was hast du gesagt? Ah, schade. Ich dachte, ich hab das gemacht. Das ist nach der Leonis Arosche. Ich bin grün. Nee, genau, das ist grün. Das ist auch noch grün in den Ohren. Ja, ey. Foxy, wie lange so darf ich sagen? Foxy, wie lange so für den bitte überlegt. War ich eine Sekunde? Ja, ich glaube, es war ein bisschen länger. Drei Minuten, drei Minuten. Vielleicht nur dreiviertel Sekunde. Ich hab's doch gerade gesagt, ne dreiviertel Sekunde. Hab ich nicht gehört, auch Mann Maxi. Was Maxi? Marco. Nein, Maxi. Was denn? Du hast mich gerammt mit den roten. Ja, danke! Der war gut, der Blitz! Ach, du hast mir meine roten weggefahren. Ja. Danke. Oh Gott. Weil du nicht reingefahren bist, du Lappi. Bitte. Wir sind in einem Team. Oh. Scheiße. Ey, ganz ehrlich. Mein Team, beides. Ganz ehrlich, Axel geht mir dezent auf den Senkel langsam. Na, weinlang es mir dezent ist. What the fuck, Erik, Mann. Hinter mir sind zwei Sterne. Okay, Leon, ich kann dich ein bisschen verteidigen mit drei Grün. Und vor dir ist gleich auch einer. Ich hab schön noch einen Goldpilz vom Kloß und hol mir noch den zweiten Platz. Jawoll! Wie, nur Zweiter? Das ist aber ziemlich... Ja, den ersten brauche ich nicht, weil den hat Leon. Ja, trotzdem. Also, dass du nicht erster bist, das ist jetzt schon enttäuschend. Ich gebe mich halt... Ich bin, ich bin halt Teamplayer. Ich arbeite für das Team. Aber davon verstehst du ja nichts, Marco. Hallo. Ja, weil da der Fehler liegt. Teamplayer. Ja, lass mich einfach weiter meine Teammates abschießen. Ja! Genau! Foxy hat's kapiert. Ach, wir haben noch eine Strecke. Okay. Hm. Komm jetzt... Die muss jetzt einfach mal drankommen, ey. Nö. Doch. Ja, Mann, die Strecke soll endlich mal drankommen. Oh, Alter! Ey, Maxi! Ich sehe jetzt schon, dass die wieder drankommt. Wetten? Wetten? Oh, nein! Oh, Gott sei Dank! Das war so knapp, ey! Oh, ist ja auch zu schön gewesen. Leon, du musst... Kannst ja gleich bei 200 nehmen. Ja, stimmt, da fehlt's eigentlich noch. Hey, das war zu früh! Ja, bei mir auch! Nein, doch nicht! Oh, Glück gehabt! Ah, so, gab's. was ist das denn hier alle wollen sie rüber über die boote alle wollen sie rüber ich habe eine banane erst nachdem du geschrieben hast gedroppt danke dafür bitte dafür ich habe jeder für sich jeder ist sich selbst der nächste endlich hat das kapiert hat ja andere andere fassung team toll ein anderer macht genau du hast es kapiert also aktie spielt auch gegen die mäßig shit die bananen sind ja das war meine oh mein gott wie kannst du die so arzig für damit keiner darüber kommt du genie man wäre aber drüber gekommen tatsächlich ja wenn man es richtig time persönlich komplett den ganzen weg versperren kann ich nicht es ist nicht bitter du triffst mich mit zwei roten shells und trotzdem überholst du mich erst stunden später das ist schon bitter da ist ja da ist ja Foxy sucks to be you i guess so heiß ist manchmal manchmal aber auch nur manchmal hier wenn ich gerade nicht einen anderen namen habe oder wenn ich nicht gerade in einem anderen land bin und untertauchen muss dieses geräusch alter da das war mein ja nico bekommen dann noch mehr pilze sehr klar das waren meine ersten gesamten rennen du vollidiot ich sehe nicht so als würde ich gerne irgendwann mal wieder so einen millimeter nach vorne kommen wollen ey ich das waren meine ersten pilze im rennen du ass noch einer direkt ja aber ich bin hinter dir gewesen und bekomme ach komm marco sorry polo sorry flex Leon was haben wir gemacht wir sind schlecht ja echt so Axel ist MVP das ist ja peinlich ey ja gut aber wenn du mit wenn du zehntausend kugel willis kriegst dann kannst du auch noch so schlecht sein und das geht nicht ja ist echt so traurig dass wir gegen nazis verlieren ich wundere mich warum das wohl so ist easiest game of my life sagt der let's platz jetzt Maxi Maxi bitte mal ich weiß wo dein Haus wohnt was denn jetzt warum hängt das denn jetzt ah jetzse wieso nochmal zwei ach nein ne jetzt das erste mal 200 beziehungs das zweite mal ja die frage wieso nochmal 200 weil wir bisher alles nochmal gefahren sind war überhaupt fahrt auf 200 bus ja das bockt vor allem ist da die Abkürzung oh Eric gute Idee vor allem ist da die Abkürzung schwieriger ach hier will ich auch ein Baby fahrt perfekt noch mal ne diesmal war nicht ach gott wie der Wipfelweg dein ernst ja sag dich woppel woppel eventuell werde ich da nicht ganz ganz aber auch nur eventuell wer ist eigentlich nochmal der maxi warum fährst du eigentlich mit so einem Kart warum nicht mit einem Bike weil ich scheiße sind das ist ja keine Ahnung deine Mutter hat keine Ahnung ja hiervon sowieso nicht das stimmt ja siehst du ich habe auch nie behauptet das die Ahnung hätte hiervon ja knapp oh der Bumerang alter heilig der war echt der war echt knapp ganz knapp hinter mir ganz aber wirklich ganz knapp ja hat mich schon an meinem Arschloch geschliffen was Marco Polo ich glaube das müssen wir als Counter einfügen noch irgendwie unten rechts in die Ecke ja mal gucken vielleicht kriege ich es hin ne waa alter andererseits wäre das ja auch spannend ja muss ich ja mehr tun für mein Video müsste ich auch noch machen dass sie gut aussehen du müsstest du auch noch schneiden ja schneiden, rendern, hochladen ja ja viel zu viel Arbeit doch wird es gut geschätzt huiiiiiii na jetzt habe ich den Rhythmus verloren scheiße na Leon du bist schnell ja das ist doch 200 Kubik das ist echt beeindruckend meh ach komm du hast schon wieder ein Kugel Willi ah sehr gut sehr gut Leon sehr gut Leon dann kann ich nur den Hut ziehen auf jeden Fall bin ich nicht letzter geworden joshidominern du hast du hast das du hast